Was geht ab meine Freunde, ihr seht Rap-tastisch. Heute geht es um die 187 Straßenbande und einen SEK-Einsatz während eines Videodrehs. Die 187 Straßenbande feiert seit letzter Woche die Veröffentlichung ihres vierten Samplers. Ohne Box oder großartige Promo konnte sich das Album noch vor Kollegah an die Spitze der Charts setzen. Neben dem Album als solches sticht vor allem die Single Millionär raus. Ohne ein Video dazu schafft die Crew es mit dem Track auf Platz 6 der Single Charts, direkt hinter Bon Voyage von Miami Yassin. Über den Erfolg freuen sich allerdings nicht nur die 187er, sondern auch eine Band, die wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht mehr kennen werden. Der Grund hierfür, die Melodie des Songs ist an den damaligen Welthit Zombie von den Cranberries angelehnt. Dafür verlangte die Band 70% der GEMA-Einnahmen von Millionär. Also immer wenn der Song in Clubs oder im Radio gespielt wird, verdienen die Cranberries den Großteil des Geldes. Trotzdem ist das Ganze für Bones MC kein Grund sich zu ärgern. Im Backspin-Interview freute sich, dass der Song so gut ankommt und die Leute etwas Schönes zum Hören haben. Und auch so werden die Streamings und Verkäufe des Songs den finanziellen Verlust sicher um ein Vielfaches ausgleichen. Ein Sondereinsatzkommando hat laut Berichten mehrerer Portale einen Videodreh gestürmt. Betroffen ist ein Newcomer-Rapper aus Nürnberg namens Jan Behrer. Er hat für sein Musikvideo mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen und dadurch einen Großeinsatz ausgelöst. Die Beamten stürmten das Parkdeck, auf dem er gedreht hat und gingen laut Aussage einer Tageszeitung zunächst sogar von einer ernsten Bedrohung aus. Später wurde der 30-jährige Rapper wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt. Für die Schreckschusswaffe fehlte ihm nämlich der Waffenschein. Trotzdem hat ihm die ganze Geschichte sicher nicht geschadet. Seit dem Vorfall berichten mehrere Online-Portale wie der Fokus oder die Bild-Zeitung über den Vorfall. Auf jeden Fall keine schlechte Publicity. Das war's dann auch schon fürs Erste. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier Rapptastisch und gib dem Video einen Daumen hoch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Rapptastisch.